Hallo und willkommen zu Wunderbare Entdeckungen. Dankeschön, vielen Dank. Dankeschön. Hi, mein Name ist Peter Frahm und heute gucken wir uns mal eins meiner absoluten Lieblingsvideos an. Könnte ich mich jedes Mal wegschmeißen? Und zwar, was passiert, wenn du die Wahrheit sagst? Und wie schwer haben es Leute generell, die Wahrheit zu sagen? I want the truth! You can't handle the truth! Und bevor wir loslegen, noch eine kurze Info zum Next Level Forum. Für die, die noch nicht an Bord sind, das Next Level Forum ist meine eigene Online-Community für Persönlichkeitsentwicklung und da bin ich täglich aktiv. Die Stimmung ist herrlich und ich hau ungefiltert mein komplettes Wissen raus, was so in der Form hier auf YouTube nicht möglich ist. Das heißt, du bekommst da mein tägliches Übungsprogramm mit allem Drum und Dran. Du lernst, wie du selbstbewusst, erfolgreich und charismatisch wirst. Gut mit Frauen, gut mit Männern. Ja, ist natürlich für beide Geschlechter. Schüchternheit überwinden, James-Bond-artige Gelassenheit, raus aus der Matrix, Drama und negative Emotionen loslassen und so weiter und so fort. Also, gerne an Bord kommen, es lohnt sich und wir freuen uns auf dich. Erscheinen Sie, sonst weinen Sie. Wird was? Na gut. Okay, dann legen wir mal los. Sieht gut aus. Weil jeder möchte gut aus, finde ich. Du bist so gut, wie du bist. Ja. Von der Ästhetik her würde ich sagen, von der Skala von 1 bis 10 und 1 ist echt super und 10 ist, ne, würde ich sagen, sollen die 6. Müsste eine lustige Steinigung werden. Hi, ich bin Kalli Weiß. Ich bin Ivy Hase und das hier ist Ivy Nummer 2. Und wir wollen jetzt mal herausfinden, wie mein Körper so ankommt. Es wäre natürlich ein bisschen einfach, wenn wir den Körper einfach nur zeigen und Ivy daneben stellen. Und damit die Leute nicht aus falscher Scham vielleicht sagen würden, wir würden nichts verändern, dann setzen wir ihr eine Mütze auf. Ich werde die Leute fragen, wie sie diesen Körper finden und Ivy wird danach von hinter der Kamera, vor die Kamera kommen und die Leute ansprechen, warum sie ausgerechnet das verändert haben. Und auch herausfinden, ob sie das vielleicht mir ins Gesicht gesagt hätten. Ja, muss ich erstmal sagen, finde ich ziemlich gut die Idee und den Experimentaufbau, weil dann die Leute, ja, die Kameras sind zwar trotzdem dabei und die Political Correctness, ihr werdet es gleich hören, ist trotzdem noch ordentlich am Start. Aber du kannst zumindest ein bisschen ehrlicher was sagen, als wenn die Frau live da stehen würde und du müsstest ihr deine Meinung ins Gesicht sagen. Ja, fangen wir erstmal mit mir selbst an, wie ich das Ganze einordne, was ich dazu sagen würde, ob ich das Experiment bestehen würde oder vor das Political Correctness Kriegsgericht kommen würde. Und ich sehe da so den klassisch deutschen untrainierten Durchschnittskörper. Das heißt, so siehst du aus, wenn du jetzt weder besonders schlecht aussiehst, weder besonders gut aussiehst, einfach so mittendrin bist, nicht groß sportlich bist. Also würde mich jetzt wundern, wenn sie großartig sportlich wäre oder fit in Ernährung und so weiter und so fort. Und mir persönlich wären das ein paar Kilo zu viel und ein bisschen zu hoher Fettanteil. Aber ich würde jetzt nicht sagen, die Frau ist grottenhässlich oder sowas. Und für eine relativ realistische Vergleichsansicht haben wir hier mal eine Übersicht, die ich als ziemlich akkurat ansehen würde. Das dürfte so ungefähr passen. Und mal gucken, wo wir sie hier einordnen müssen. Also hier schon mal nicht, das geht nur mit Drogen und total kranker Disziplin. Das hier geht ohne Drogen und mit total kranker Disziplin. Das ist hier so die Sportskanonen-Studentin. Das ist so die normale schlanke Studentin. Das ist so die Studentin. Die kurvige Studentin, wie man so schön sagt. Ja, sieht immer noch super aus. Körperfettanteil. Da geht es aber schon mal ein bisschen nach oben. Wo ich so sagen würde, ja, so viel mehr Kilos dürften da jetzt aber nicht mehr drauf kommen, damit das noch gut aussieht in den Hosen, in den Klamotten. Und ab hier gehen wir dann in den Bereich, wo es kritisch wird. Und das hier geht noch so vom Körperfettanteil. Damit kann man noch gesund sein. Aber so ab hier und spätestens ab hier war es das dann sehr wahrscheinlich mit der Gesundheit. Und das Problem ist, wenn du jetzt hier bist, wo ich die Kollegin Hase ungefähr einschätzen würde, hier so bei 30 bis 33 Prozent, dann bedeutet das, dass du auf lange Sicht eher hier hin und hier hin wanderst. Ja, denn im Alter ist es selten, dass man von hier immer mehr nach hier wandert. Ja, der Durchschnitt ist auch bei den Männern, ja, wenn du hier bist, dass es im Alter eher nach hier geht. Deshalb wir sind hier und ab, ich weiß nicht, wie es in Amerika ist es, glaube ich, ab 30 oder 33, ab 33 Prozent zählst du, glaube ich, als morbidly obese. Ja, also als stark übergewichtig. Zumindest in Amerika, ich weiß nicht, wie hier die Grenze ist. Und hier auf dem Bild würde ich auch noch sagen, ja, sieht noch gut. Wäre mir jetzt auch zu viel, aber sieht auch noch gut aus. Gut, der weibliche Wuchs, ja, der schamlose Mistkerl, sorry, aber macht natürlich auch was aus. Und ja, was finden die meisten Männer gut, wenn sie es sich aussuchen könnten oder als Freundin backen oder herbeizaubern könnten? Was würden sie sich dann auswählen? Ja, wahrscheinlich hier die oder die oder die. Ja, so ein Mittelding aus den dreien. Das ist eher schon speziell. Ich persönlich finde es sexy, ich finde es attraktiv. Vor allem, was da die Rübe muss auch einigermaßen stimmen, zumindest was das Thema Disziplin angeht, um so auszusehen. Ich finde sowas faszinierend. Das ist mir dann viel zu viel. Und wie gesagt, da muss sich Drogen reingepfiffen werden dafür. Bin ich kein Fan von. Das, ja, geht noch, geht noch. Aber ab hier gefällt es mir persönlich dann nicht. Und vor allem kommt dann hier das Thema Gesundheit natürlich stark mit rein. Und ja, manche Männer stehen auch noch hier so auf diesem Bereich, aber das ist halt wahrscheinlich genauso selten wie dieser Bereich hier. Von daher, das wäre so das sportliche Ziel. Und wenn du halt viel Sport machst, dich gesund ernährst, siehst du im Schnitt entweder so oder so oder so aus. Das erfordert halt wieder sehr viel Disziplin, sehr viel Sport, sehr viel Entbehrungen auch. Und das hier und vor allem dann in diese Richtung hier lässt es halt auch Rückschlüsse auf ein ganz anderes Essverhalten zu. Und der Disclaimer natürlich wieder, bevor ich hier in die Hitlerhölle komme. Und zwar jetzt mal unabhängig von Krankheiten und Schilddrüse und so weiter und so fort. Sondern ich gehe jetzt mal davon aus, dass die und die und die und die, das ist alles am Essverhalten liegt, dass da keinerlei Krankheiten vorliegen. Ja, die blöden Ausreden immer. Und von daher würde ich die Frau Hase ungefähr hier vororten und sagen, ja, es geht noch, aber Vorsicht, es dürfte auch nicht viel mehr werden. Und besser wäre es, wenn du in die Richtung oder in die Richtung gehst, weil im Alter geht es dann sowieso wieder in die oder in die Richtung. Das heißt, wenn du im Alter so aussehen willst und nicht so aussehen willst, dann solltest du in der Jugend eher in diese Richtung hier gehen. Und ich bin aber auch nicht ganz sicher, ob sie hier ein bisschen rumgetrickst haben. Das sieht mir fast so aus. Hier sieht sie wesentlich dünner aus als hier, meines Erachtens. Oder die Klamotten sind super unvorteilhaft. Aber ich finde hier rechts würde ich sie auch eher sogar hier einordnen. Und hier würde ich sie vielleicht sogar, wenn ich ein Auge zudrücke, sogar, ja, nee, so nicht. Aber hier irgendwo, irgendwo dazwischen, so bei 29 Prozent oder sowas einordnen. Keine Ahnung, ob das an dem Pappaufsteller liegt, ob sie da ein bisschen rumgetrickst haben. Keine Ahnung. Und als männlichen Vergleich, so die klassisch deutsche Durchschnittsfigur, habe ich mir hier mal den Herrn DiCaprio rausgesucht. Ja, der auch immer so klassisch untrainiert aussieht, halt nicht besonders gut, nicht besonders schlecht. So wie du halt aussiehst, wenn du nicht vernünftig trainierst, sondern einfach so dein Leben lebst und nicht der Obersportler bist, aber auch nicht wirklich schlimm und schlecht aussiehst. Ja, hier so ein bisschen den Wohlstandsranzen, aber auch nicht richtig dick. Also weder besonders gut noch besonders schlecht, aber man weiß ja, in welche Richtung das auf lange Sicht geht, wenn er nichts tut. Das heißt, unterm Strich ganz normal die breite Masse eben, hier sogar eine ziemlich breite Masse, was aber, wie wir ja alle wissen, auf lange Sicht nicht unbedingt besonders gut ausgeht. Ja, wenn die breite Masse fit wäre, dann würde die Krankenversicherung ein bisschen weniger kosten. So, und dann hören wir uns mal an, was da im Video draus gemacht wurde. Ob Sie das vielleicht mir ins Gesicht gesagt hätten. Wie findest du diesen Körper? Ich würde sagen, normal. Was heißt normal? Ja, ich würde sagen, normal war ja jetzt eine vernünftige Aussage. Ja, so wie ich es eben auch gesagt habe. Dass sie nicht sagt, ja, ist mir zu dick oder sieht scheiße aus oder was weiß ich was. Sondern ja, ist halt normal, finde ich, eine realistische Einschätzung. Aber da muss sie schon so ein bisschen lachen, weil sie ist sehr wahrscheinlich, wenn ich es hier so einschätzen kann, ein bisschen schlanker. Und von daher muss sie, glaube ich, lachen. Und das Lachen kommt daher, dass sie sagt, naja, eigentlich ist es mir zu dick. Ich würde sagen, so die Durchschnittsfrau sieht so aus. Also wie soll ich es als Durchschnittsfrau bezeichnen? Würdest du gerne so aussehen? Also ich habe schon ein paar andere Ziele, aber jeder sollte sich in seinem eigenen Körper wohlfühlen. Und ja, also ich stehe ein bisschen mehr auf das Sportlichere so. Ach so, ist das nicht sehr rassistisch? Also ist das nicht sportlich für dich? Also für mich ist es... Ist das nicht sportlich, als würde die jetzt wahnsinnig sportlicher aussehen, so ein Quatsch. Und trotzdem gute Frage natürlich, wenn er da so ein bisschen Devil's Advocate spielt. Es ist nicht unsportlich, aber auch nicht extrem sportlich. Hör doch auf mit der Scheibe. Ein Mittelmaß irgendwie für mich und ja, also für mich wäre es minimal zu viel, aber... Ja, ein Rumgeeiern natürlich. Jetzt habe ich aber gesehen natürlich, was mir bisher noch nie so klar geworden ist. Und zwar sie steht ja dabei und sieht jetzt auch, wie gesagt, nicht ganz gärtenschlank aus. Und von daher ist es natürlich für sie schwieriger, als wenn jetzt nur er dabei wäre. Vielleicht hätten sie sie ganz weglassen sollen oder nur im Hintergrund, dass sie immer dahinter steht. Aber irgendwer muss ja auch von vorne filmen. Aber wäre vielleicht besser gewesen, wenn sie die ganz weggelassen hätten und dass sie dann erst ins Bild kommt, wenn die große Auflösung kommt. Also ich habe schon ein paar andere Ziele, aber jeder sollte sich in seinem eigenen Körper boh fühlen. Und ja, vielleicht ist die Frau natürlich auch die absolute Granatensportlerin oder macht irgendeinen Sport, wo du halt nicht rank und schlank sein musst, unbedingt. Oder vielleicht hat sie auch einfach nur vor dem Video hier die letzten Wochen davor ein bisschen über die Stränge geschlagen, ein bisschen viel gegessen. Aber natürlich ist das jetzt nicht das Klassische, was du von einer Zehnkämpferin erwartest. Der klassische Körper. Schön, sie sieht aus, als ob sie schwanger war. Die hat bestimmt Kinder. Und die hat ein cooles Tätow. Ich bin selber nicht die Schlankste und ich fühle mich in meinem Körper auch wohl. Was sagst du denn den Menschen? Jetzt sagt sie, sie ist selber nicht die Schlankste und fühlt sich in ihrem Körper auch wohl. Das kann mir kein Mensch erzählen. Bei aller Liebe und allem Respekt, aber das kann mir kein Mensch erzählen. Vor allem jetzt kommt ja was, sagst du ihr denn? Die dazu sagen, das ist für mich dick. Dann haben die ein echtes Problem mit ihrer Einstellung. Ja, das ist ein bisschen so, als ob du den Heroinsüchtigen fragst. Ja, was sagst du denn zu Leuten, die acht bis zehn Stunden am Tag Fernsehen gucken? Findest du, das ist eine Art von Suchtverhalten? Ja, was soll er denn dann sagen? Ja, was soll sie denn hier sagen, wenn sie jetzt sagt, naja, also das ist schon ein bisschen dick. Das geht schon in die Richtung. Noch geht's, aber die sollte aufpassen, dass das nicht mehr wird. Dann wird's ungesund. Ja, was soll die denn dann über sich sagen, wo sie das doppelt verfasst ist? Weil ich finde, jeder bestimmt selbst, wie er sich fühlt. Hast du gehört, Eis? Jeder bestimmt selbst, wie er sich fühlt. Und alle nicken im Hintergrund auch noch politisch korrekt. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ja, wenn du dir die Schuhe nicht vernünftig zubinden kannst, wenn du die Treppen nicht hochgehen kannst, ohne außer Atem zu sein. Ja, und was die Blutwerte wahrscheinlich aussagen. Und vielleicht ist sie ja das achte Weltwunder und alle Werte sind vernünftig und es wird im Alter. Sie wird 100 Jahre alt und kerngesund und so weiter. Aber wie gesagt, dann wäre sie halt das achte Weltwunder. Wie denn die Person, die steht da hinten. Hi, ich bin Ivy. Aber Ivy ist nicht schwanger. Ich war nicht schwanger, das ist einfach mein Bauch. Den Körper? Ganz normal. Das heißt ganz normal, das ist normal. Ganz normal, äh, weiblich. Würdest du denn... Weiblich, kurvig. Ja, ganz normal ist ja eine vernünftige Aussage, wie ich finde. Nichts verbessern? Wenn ich mal so fragen würde, ich würde die Mütze abnehmen, damit ich das Gesicht sehen kann. Ja, es war so romantisch, es war so einen schönen Nachmittag im Einkaufszentrum. Da wird ja gefragt, würdest du nichts verbessern und weich dann auf einen pseudoromantischen Matrixkäse aus, wie ich würde die Mütze abnehmen, ja. Sorry, Junge, aber das würde sich bei den Frauen nicht weiterbringen, dieses Ausgeweiche. Anstatt, ja, was würde man denn sagen, wenn man realistisch anguckt? Ja, was ich am Anfang wahrscheinlich gesagt habe, ja, dass man sagt, ja, ist in Ordnung, ich, ist nicht schlecht, ist nicht schlimm, aber ein paar Kilo weniger wären besser, vor allem in dem Hinblick, dass es im Alter eher nach oben geht auf der Waage. Ivy, zeig ihm mal dein Gesicht. Hallo, das bin ich. Ich schaue ein bisschen komisch, aber das bin ich. Ja. Und du findest meinen Körper ganz normal. Wenn du glücklich und zufrieden bist, so wie du bist, das ist doch wunderbar. Und du hast so gelacht. Ja. Ja, wenn du, was ist mit der Gesellschaft los, wenn du die einfachsten Sachen noch nicht mal benennen kannst. Ja, ich war mal beim Golf vor zwei Jahren oder sowas, da habe ich dann über 90 Kilo gewogen, habe ich dann ordentlich trainiert und noch ordentlicher gefressen habe. Ja, und bei mir geht es dann so ein bisschen aufs Gesicht, ich kriege dann so einen Fresskopf. Und dann war ich beim Golf, hat so ein bisschen Wampe auch noch dazu. Ja, zwar auch Muskeln, aber darüber eine ordentliche Fettschicht. Und kam dann beim Golf an und dann haben wir mit 20 Leuten im Restaurant gesessen und ein Kumpel von mir sagt, sag mal, was hast du denn für einen Fresskopf? Der eine sagt, du hast eine ganz schöne Wampe bekommen und der andere sagt, du hast einen richtigen Fresskopf. Weißt du, an wen du mich erinnerst? Und dann holt er ein Bild raus, holt sein Handy raus und googelt nach Val Kilmer, wie er so einen Fresskopf bekommen hat. Ich blende euch das Bild hier gerade mal ein. Ich blende euch das Bild hier gerade mal ein. Und so schlimm war es natürlich nicht, aber ein bisschen dickeres Gesicht hatte ich. Die Konturen gingen so ein bisschen flöten. Und der Kumpel, ah, guck mal hier und zeigt in der ganzen Runde, lässt er das Handy rund gehen und zeigt das Bild. Und alle haben sich natürlich den Arsch abgelacht, mir inklusive. Und die anwesenden Frauen, also die älteren Golfdamen teilweise, die teilweise durchaus ganz locker drauf sind, aber die alle so, hohohoho, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So ein bisschen wie hier alle drumherum eiern, statt einfach mal die Wahrheit zu sagen. Und die haben wahrscheinlich alle gedacht, oh Gott, oh Gott, jetzt wird der Fraben darunter gemacht. Oh Gott, oh Gott, jetzt wird der bloßgestellt. Ja, so als wenn ich jetzt mein Fett im Gesicht wäre, als etwas wahnsinnig viel mit mir zu tun, als wäre das nicht nur meine äußere Repräsentation, die man halt auch wieder verändern kann. Ja, kannst ja abnehmen. Es ist ja, du bist ja kein thermodynamisches Wunder. Du kannst die Gesetze der Thermodynamik nicht aushebeln, also kannst du auch abnehmen. Ja, und ich fand den Kumpel Weltklasse dabei. Wie er sagt, weißt du, an wen du mich erinnerst? Und zeigt das Bild dann rum und lacht sich selbst den Arsch ab. Ich habe mir ja selbst den Arsch abgelacht. Ja, du bist halt nicht dein Körper, sondern du hast einen Körper. Und da kommen wir nachher auch noch zu, beziehungsweise eventuell die Tage, wenn ich hier die schrecklichen Kommentare noch verarzte, sozusagen, dass alle ausflippen und alle wahnsinnig sensibel sind. Und ja, mein Gott, dann hat sie halt ein paar Kilo zu viel. Ja, dann nimmst du die halt wieder ab. Oder sagst, ja, geht im Moment nicht. Ich bin halt ein bisschen dicker im Moment. Ja, meine Güte. Du bist nicht dein Körper, du hast nur einen Körper. Die ist es rumgesäuselt und rumgejammer immer. Und ja, bei Frauen ist es noch ein bisschen mehr an den eigenen Marktwert verknüpft als bei Männern. Weil da kannst du mit Persönlichkeit noch mehr rausholen, ist mir auch klar. Aber die Leute übertreiben es eben, hoffnungslos. Und deshalb haben sie teilweise auch Probleme mit dem Abnehmen. Ja, weil das Thema Körper und Essen und eine Beziehung zu essen und bla bla bla, statt halt einfach die Kalorien zu tracken und halt das zu essen, was sinnvoll ist und die Gefühle mal ein bisschen mehr aus dem Spiel zu lassen. Und ja, es gibt natürlich auch, beziehungsweise ist das oft so, dass die, die zu viel essen, da hat es auch mit der Psyche eine ganze Menge zu tun. Da wird dann der Frust und die Einsamkeit in sich reingefressen, sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wie gesagt, du bist kein thermodynamisches Wunder. Du kannst abnehmen. Außer es sind wilde Krankheiten da und der Stoffwechsel ist völlig durcheinander von jahrelangen Jojo-Diäten und so weiter. Dann dauert das ein bisschen länger. Aber auf lange Sicht kannst du die Physik nicht aushebeln. So, und jetzt kommt der Kracher, warum ich das Video mache. Jetzt kommt Hiti persönlich hier in Form von ihm hier. Du hast so gelacht. In welche Richtung war das so gemein? Ja, dass hier ein Pappaufsteller hier rumläuft. Weil ich bin es verwundert. Aber von der Ästhetik her würde ich sagen, von der Skala von 1 bis 10 und 1 ist echt super und 10 ist, ne? Jetzt dreht der Vollidiot die Skala erstmal rum. Ja, 1 ist super und 10 ist schlecht. Normalerweise, wenn du sagst, das ist eine 7, dann ist das ja eher was Gutes. Und eine 8 ist was sehr Gutes und eine 9 ist was sehr, sehr Gutes. Das ist halt so die klassische Optikbewertungsskala. Er dreht es jetzt rum, dass die 1 was sehr Gutes ist. Aber hören wir mal rein, was er jetzt vergibt. Wie ich sagen, das waren die 6. Eine 6, das heißt eine 4 eigentlich. Und eine 4 ist eher unattraktiv. Da sagst du so unter Männern, sagst du eher, oh, okay. Eine 4. Das geht höchstens sehr, 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 sehr betrunken. Ja, und wenn er das mit Kamera drumherum sagt und weiß, das taucht gegebenenfalls im Internet auf. Er wirkt jetzt auch nicht wie der Allerhellste. Aber trotzdem hast du ja ein gewisses Verständnis dafür. Und dann war es wahrscheinlich eher eine 3. Was er da sagt, dass ihm der Körper also nicht besonders gefällt. Dass sie ihm zu dick und zu unsportlich ist. Und, naja, da kann man jetzt halten von was man will. Aber immerhin hat er mal eine Antwort gegeben. Er sagt mal eine ehrliche Einschätzung und nicht, ach, sei einfach so wie du bist und blablabla. Irgendeinen Scheiß, worum es gar nicht geht. Dann müssen erst mal die Tattoos weg. Was ist keine Tattoos? Ich bin nicht so der Tattoo-Liebhaber. Also zumindest ist es nicht so an unglücklichen Stellen. Wenn das deine Freundin wäre, würdest du dir raten, dass sie abnehmen sollte? Ganz ehrlich? Ich hätte nie, also ich hätte zum Beispiel nicht so eine Freundin. Was? Prügel in Sektorio für diese Unverchämtheit. Das ist eine Schande. Das ist genau wie das Schreddern von Küken. Ich, also, wenn wir das jetzt mal so sagen dürften. Ivy, hast du das gehört? Er hat eine 6 gesagt. Eine 6? Eine 6? Oh nein. Eine 6, was eigentlich eine 4 ist und eigentlich eine 3. Oi, oi, oi. Aber du hast jetzt nicht gerechnet, dass die Person... Vielleicht hat sie aber auch gedacht, eine 6 ist eine Schulnote 6. Ja, weil Frauen das oft nicht raffen, die Skala. Ausgerechnet ihr Stehle. Hättest du ihr das genauso gesagt? Hand aufs Herz? Ganz ehrlich? Nein. Hätte ich wahrscheinlich nicht. Was hätte ich dann... Und der Typ ist ja ehrlich. Das muss man ihm ja hoch anrechnen. Wenn eigentlich, ja, was in den Kommentaren, lest es euch durch, nicht so wirklich funktioniert hat. Der Typ ist schlimmer als Hitler. Aber er ist wenigstens ehrlich. Ich hätte natürlich gesagt, jetzt direkt 10. Da dreht es jetzt rum, da hat er gerafft, dass er eben die Skala vertauscht hat. Sehr gelogen, wie wir jetzt wissen. Sehr gelogen, ja klar. Aber ich sag mal so, das Lügen liegt leider auch in unserer Natur als Mensch. Na, ich kenne dich jetzt nicht, aber direkt so vom Aussehen, würde ich sagen, oh, super sympathisch. Ja, super sympathisch. Ja, da reitet er sich selbst schön hier in die Political Correctness, Kriegsgerichtshölle rein. Und er ist aber zumindest ehrlich. Er hat eine ehrliche Einschätzung gegeben und gesagt, ja, ich hätte nicht so eine Freundin. Das heißt, sie war eben jetzt hier schon auf dem Pappaufsteller zu dick und so, wie gesagt, meines Erachtens zieht sie hier dicker aus als auf dem Pappaufsteller, dann viel zu dick. Und die Kommentare sind natürlich der Knaller unten drunter. Ja, was fällt ihm denn ein? Er hat doch hier Man-Boobs und bla bla bla. Er ist auch grottenhässlich und ist nicht der Schönste und bla bla bla. Und der Schlauste ist auch nicht, was fällt ihm denn ein? Und da ist wieder die Doppelmoral sau interessant, weil bei Frauen, wenn das jetzt andersrum wäre, wenn man ihn nackter hingestellt hätte und sie hätte dann gesagt, also ich hätte nicht so einen Freund. Ja, also ich, bei mir muss es aber mindestens Brett Clooney und George Pitt sein. Ja, dann hieß es, oh, das ist aber stunning und brave. You go, girl. Das ist aber mutig und das ist aber eine strong independent woman und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ein ganz krasser Doppelstandard. Und er, wenn ein Mann sich auch nur erdreistet, irgendwelche Ansprüche zu haben, dann kommst du halt relativ schnell vor das politisch korrekte Feminismuskriegsgericht in Form von solchen Männern und solchen Frauen hier. Und wie gesagt, unten in den Kommentaren kommen wir gerne noch zu. Wenn ihr wollt, mache ich noch einen zweiten Teil, schreiben sie halt, ach, der sieht doch auch aus wie der letzte Eimer und bla bla bla. Als ob es bei Männern aber nur darum geht, wie der aussieht. Und so schlecht sieht er jetzt auch nicht aus. Der ist ein bisschen groß, so ein bisschen hier, der Südländer-Style. Ja, mit ein bisschen Klamotten und vielleicht mal ein bisschen abnehmen. Ein bisschen Krafttraining kann man da durchaus was draus machen. Ja, vielleicht. Und er hat ja den Mumm auch hier mit Kameras drumherum ehrlich zu sein. Das heißt, vielleicht hat er ja durchaus ein bisschen Mumm in den Knochen. Ja, und da kannst du ja als Mann einiges wettmachen. Ja, ein großer Typ, der Mumm hat, ein bisschen witzig vielleicht noch ist. Keine Ahnung, wie er sonst drauf ist. Da musst du auch nicht Bomber aussehen. Da kannst du halt auch ein bisschen wie ein Eimer aussehen und kannst dir dann trotzdem Ansprüche bei Frauen erlauben. Ja, das raffen aber Frauen wieder nicht, weil Frauen nicht raffen, wie sich der sexuelle Marktwert zusammensetzt. Ja, dass das bei Typen und bei Frauen unterschiedlich ist. Aber das ist wieder was anderes. Das wäre anders, ja. Ja, hätten wir uns jetzt im Schwimmbad getroffen und dann gibt das auch wieder zu. Ja, also er hat ja, das ist ja eine Stärke, dass er als Einziger hier mal was gesagt hat. Und die am Anfang war auch noch so ein bisschen, dass sie gesagt hat, ja ganz normal, aber ich habe schon andere Ziele. Mir wäre es zu unsportlich, auf Deutsch mir wäre es zu dick, hat es ja nicht gesagt. Aber er sagt es dann wenigstens deutlich und gibt auch vor allem auf der Skala mal eine Nummer vor, dass man mal einschätzen kann, ja was heißt das denn? Was ist denn deine Meinung jetzt wirklich? Ja, muss ich ehrlich sagen. Muss ich ehrlich sagen. Ja, sorry. Ja, Geschmäcker sind ja verschieden, um es mal so zu sagen. Und er sagt es ja nur auch nett, er ist ja nur hier kein fieses Schwein und sagt, oh Gott, ein hässliches und bla bla bla, sondern er ist nach seiner Meinung gefragt worden und sagt die dann auch. Ja, um Gottes Willen, ab in die Hölle mit. Zwei Euro ins Phrasenschwein. Ja, ist normal. Was heißt denn normal? Durchschnitt einfach, einfach Durchschnitt. Ja, finde ich okay, normal Durchschnitt, aber so, ja, Durchschnitt so ein bisschen beschwichtigend wieder, als wenn sie sie eigentlich zu dick finden würden, aber jetzt bloß nichts, bloß nicht das Wort dick sagen dürften. Also nicht schlecht und auch nicht perfekt. Ist auch so. Also ich finde es nicht zu dick oder sonst irgendwas. Also ich würde das nicht sagen, meine Freundin wäre nimmer ab, würde ich nicht sagen. Na okay, ja doch, das glaube ich ihm, das hat er jetzt glaubhaft gesagt. Durchschnitt einfach. Wenn die Person vor euch stehen würde, konjunktiv jetzt mal, was würdet ihr der Person denn sagen? Sieht gut aus. Weil jeder Mensch sieht gut aus, finde ich. Weil jeder Mensch sieht gut aus. Angela Merkel sieht genauso aus wie Angelina Jolie. Du bist so gut, wie du bist. Ja. Du bist so gut, wie du bist, ja, das hat ja gar nichts damit zu tun jetzt. Das ist aber auch so der Klassiker, ja, die breite Masse, die keine Ahnung von dem ganzen Thema hier hat, die verwechselt immer den sexuellen Marktwert der Leute mit dem menschlichen Wert, ja, so als wenn jetzt, ja, wie kann man es beschreiben? Stellt euch vor, ein alter Opa hat auch keinen sexuellen Marktwert, ein Baby hat auch keinen sexuellen Marktwert, ja, null jeweils, ja, und eine alte Oma, sexueller Marktwert, null, aber deshalb ist der menschliche Wert ja nicht auf null. Der menschliche Wert ist ja trotzdem bei zehn, das sind verschiedene Sachen halt, ne. Und aber dieses Ganze, dieser ganze Eiertanz, dieses Ganze rumgehampelt und man kann nicht sagen, ja, ein paar Kilo zu viel, so wie ich es am Anfang halt gesagt habe, ist das so schwierig, ja, ist das so schwierig, Atome als Atome zu benennen, dass man sagt, ja, ist ein bisschen zu viel Speck drauf und auf lange Sicht könnte das in eine falsche Richtung gehen, in eine ungesunde Richtung. Und man will ja nichts Böses damit, nur was ist denn, wenn du im Alter einen hohen Körperfettanteil hast und nie richtig Sport gemacht hast, ja, die Knochen sind nicht richtig trainiert, die Muskeln sind nicht trainiert, das Herz-Kreislauf-System ist nicht richtig trainiert, das ist doch nichts Positives. Ach witzig, oh krass, ach ja, er ist doch ein schöner Körper, doch, ich finde es gut. Politisch korrekt, nochmal, weil sie dann gemerkt hat, oh scheiße, ich habe die jetzt eben mal als dick bezeichnet. Es ist okay, aber es ist jetzt kein Ausbund an Schönheit, kann man einfach nicht schön reden, dass da halt ein paar Kilo zu viel drauf sind und ist das jetzt, ist das jetzt so schlimm oder was? Ab in die Hölle mit euch, wenn ihr nicht sagt, das ist der perfekte Körper, das ist sie, das ist die Frau für das nächste Baywatch-Cover. So im Schnitt merke ich dann doch, dass mich das nicht so kalt gelassen hat, wie das im Video auf den ersten Blick scheint. Ja, und das ist das Problem, wenn man das ganze Thema zu ernst nimmt, wenn man sagt, ich bin mein Körper, anstatt, ja, ich habe halt einen Körper und den muss ich pflegen und wenn ich das vernachlässige, dann wird der halt zu dick oder zu dünn. Wenn sie jetzt hier zu dünn wäre und so in Richtung Magersucht, würde man auch sagen, das ist aber ein bisschen zu dünn, das dürfte nicht weiter in Richtung noch dünner gehen, dann wird es kritisch, dann wird es schwer ungesund, vor allem auf lange Sicht. Die Nährwerte alle nicht da, die Blutwerte werden grottenschlecht sein, deswegen wäre es sinnvoll, hier ein bisschen zuzunehmen und so würde ich es bei ihr natürlich auch sagen, ja, Vorsicht, auf lange Sicht könnte das kritisch werden, deshalb bitte ein paar Kilo abnehmen. Es bewegt einen, einige waren super hart und haben dann aber auch ihre Meinung geändert, sobald sie gesehen haben, dass ich das bin. Das ist auch geil, einige waren super hart und haben dann aber die Meinung geändert, als sie gesehen haben, dass ich das bin. Und das beschreibt sie jetzt als was Positives, dabei ist das ja, ist doch totaler Quatsch. Ja, haben dann die Meinung geändert, als ob es darum ging, nett zu sein. Es geht ja nicht darum, nett zu sein, sondern ja, wie ist es denn? Ja, das heißt, es geht nur um, ja, sind die Leute auch nett zu mir und die Meinung zurückgenommen, ja, anstatt die Meinung zu bestätigen und zu sagen, ja, ich sehe es einfach so. Ja, dann will sie praktisch nur nette Sachen hören, anstatt die Wahrheit zu hören. Ja, und das ist ein Problem, wenn der Protest ist, generell ein Problem der breiten Masse und des menschlichen Säugetiers, dass die Wahrheit immer unangenehmer ist, ja, vor allem unangenehme Wahrheiten sind, da ist man immer weniger Fan von, als von harten Realitäten. Ja, so hart, es war ja nur kein einziger, zumindest der hier gezeigt wurde im Video, war auch nur irgendwie hart. Keiner hat gesagt, die wäre jetzt grottenhässlich und was weiß ich was. Ja, das härteste war noch der ehrliche, aber durchaus noch politisch korrekte, nette Typ, der gesagt hat, also ehrlich gesagt, mir wäre es jetzt ein bisschen zu viel, ich würde eine 4 von 10 vergeben, auch wenn er 6 gesagt hat, natürlich. Habt ihr euch schon mal ertappt, dass ihr vielleicht ein bisschen hart mit euch selbst oder auch mit anderen wart? Das kann ich durchaus unterstreichen, ja, seid nicht mit, seid nicht zu hart mit euch, aber das macht sie ja, indem sie das Ganze hier viel zu ernst nimmt, anstatt einfach zu sagen, ja, ich bin halt ein bisschen zu dick im Moment, ich müsste ein bisschen, ein bisschen abnehmen, sonst könnte es irgendwann mit dem Blutbild ein bisschen kritisch aussehen oder mit dem Rücken oder mit den Knochen und so weiter. Ja, nehmt das ganze Thema nicht so ernst. Ihr habt einen Körper, aber seid nicht euer Körper. Schreibt es in die Kommentare. Und ja, auf Social Media gibt es das durchaus, dass die Leute viel zu hart sind, ja, und keine Ahnung, ich habe jetzt die Kommentare noch nicht alle durchgelesen, aber da werden auch grottenschlechte Kommentare dabei gewesen sein, die dann hier von Neon auch gelöscht worden sind. Ich bin mal gespannt, wie das bei mir ist, ja, weil die Leute schreiben dann auch drüber, oh, Fett und Landwahl und was weiß ich was, wo die Frau ja nur einfach nur ein bisschen zu dick ist und fertig, also man muss auch nicht respektlos sein im Internet, das geht mir auch auf den Keks, aber so war ja nur hier absolut keiner in diesem Video. Sie sind ja alle drumherum getanzt, wie sonst noch was. Außer vielleicht das eine Mädel, die habe ich eben noch vergessen, die gesagt hat, ja, ich finde das einfach nicht schön. Aber da bin ich mir noch nicht mal hundertpro sicher, ob sie damit den Körper gemeint hat oder ob sie das nur so zusammengeschnitten haben und eigentlich hat das Mädel nur die Tattoos gemeint. Weil es die Tattoos einfach nicht gut findet, könnte ich mir fast noch vorstellen, dass sie da beim Editing ein bisschen getrickst haben, um eine halbfiese Aussage zustande zu bekommen. Ja, ist aber eine wilde Verschwörungstheorie an der Stelle, muss ich dazu sagen. Aber selbst, dass ihr, ich finde das einfach nicht schön, ist das jetzt eine knallharte Aussage oder was? Es ist ja wohl harmlos. Ja, das war es mal für heute. Ich hoffe, es war witzig und spannend und faszinierend. Was sagt das über das menschliche Säugetier aus, wenn die einfachsten Realitäten nicht einfach benannt werden können, wenn da schon drumherum getanzt werden muss? Was ist dann, wenn es wirklich mal schwierig wird? Ja, gerne mal reinkommentieren, wie ihr das Ganze seht. Und gegebenenfalls sehen wir uns dann im zweiten Teil mit den Kommentaren wieder, die absolut zum Schießen waren. Also, bis dann, haut rein, macht's gut, ciao. Sie sind alle gleich. Fett, hässlich, vorstehende Zähne, dürre Stelzen, wie er saufende Schweine. Total hässliche Pferdegesichter.